herzlich willkommen bei follow my money einem neuen format vom finanztalk jede woche neu auf dem kanal hier bei youtube und auch auf anderen social media kanälen da freue ich mich natürlich darüber wenn sie uns folgen und natürlich habe ich einen gesprächspartner auch in dieser woche und das ist diesmal ein star trader und kein geringerer als der robert baumann hallo ja ich muss dich gar nicht mehr groß vorstellen für diejenigen die schon bei follow my money dabei sind für alle anderen sei gesagt du bist ein initiator von einem fond und selber auch tight agent bei einem vermögensverwalter was kann man sich denn darunter alles vorstellen genau also ich habe einmal die die fondbetreuung unter mir also die die aktien im fond genauso bei den endkunden die die kunden betreue ich in der aktienauswahl mit dem vermögensverwalter zusammen und bei follow my money bin ich ja aktiver trader wie mich ja einige schon kennen und ja auch die letzten tage des turbulenten börsens lebens mich sozusagen kennenlernen aktuell mit meinen berichten turbulent ist genau das stichwort du sprichst auf die volatilität an der nestek im letzten jahr noch ein neues allzeithoch in der nähe oder sogar über den 16.000 punkten und seitdem ging es über 1000 punkte nach unten da wird der ein oder andere anleger sicherlich sich schütteln und sagen wo muss ich jetzt raus aus dem markt aber wenn man das gesamtbild sieht ist es eine normale korrektur möchte ich meinen genau also es geht auch von meiner seite so aus dass das eine normale korrektur phase aktuell ist grundsätzlich hier die höhere inflationsrate die überall aktuell gehandelt wird genauso die zinsängste statt drei zinser erhöhungen sollen vier vielleicht in amerika folgen ausgrund dessen ist da die die nestek auch knappe jahr zehn prozent bisschen korrigiert wobei es kann sich noch ein paar tage fortsetzen heute ist zum beispiel eine gegenbewegung aktuell vorbörslich von der nestek ist schon ein bisschen im plus im vorbörslichen handel mit 0 78 schauen wir mal was passiert heute ja es gibt vor allem auch werte die sind sogar noch volatiler als der index wenn ich in dieser woche mal nach rechts und links schaue fällt mir zum beispiel die activision blizzard ein die war so ein bisschen vergessenheit geraten hat sich seit letztem jahr auch halbiert gehabt gab es auch querelen mit dem ceo und so weiter das geschäft ein bisschen lahm einige blocken nach hinten verschoben und jetzt der paukenschlag microsoft übernimmt den laden und auf einmal springt die aktie 30 prozent nach oben genau genau also an dem tag an dem 18 ersten wo das bekannt gegeben wurde dass die dass microsoft die aktie übernehmen möchte das unternehmen ist der 95 dollar wie sagt man der ausgangspreis aktuell für die übernahme die aktie an dem tag ist sehr sehr stark gestiegen mit 25,88 prozent liegt im laufenden jahr auch bei einem plus von 23,7 prozent stand gestern letztes jahr wie du schon erwähnt hast war ein sehr sehr schwaches jahr bei diesem unternehmen mit minus 22,37 prozent im aber trotzdem die letzten neun jahre muss man immer noch dazu sagen fast 800 prozent wert zu wachs obwohl also es wirklich gigantisch der spielemarkt an dem tag ist sehr stark gestiegen anderes unternehmen take two interactive ist positiv gewesen electronic arts auch mit 266 entgegen der der markt bewegung von minus 27 also es zurzeit sehr sehr spannend kann sich das denn am ende lohnen weil der preis soll ja bei 69 milliarden us dollar liegen genau also es ist ein sehr sehr teures investment an dem tag hat auch microsoft aktie 2,43 prozent verloren aber ich denke mal langfristig im spielemarkt ist richtig viel musik drin eine bekannte aktie in streaming unternehmen zum beispiel netflix ist letztes jahr auch in diesen dienst mit eingestiegen als spieleanbieter auf ipad iphones nicht nur im stream bereich für filme sondern auch für spiele das heißt da wird langfristig sehr sehr viel geld verdient ist zwar auch ein bisschen kostenfaktor von von den ersten investments aber über über langfristigen bereich wenn man die großen konzerne anschaut die verdienen sehr sehr gutes geld und haben auch eine sehr gute eigenkapitals rendite also sind ja fast schon value werte im tech sektor das stimmt selbst das wertvollste börsennotierte unternehmen der welt die apple ist dem spielesektor zugegen und hat mit apple arkade so einen eigenen shop möchte ich fast sagen im app store genau genau also da ist auch riesen musik drin apple ist dieses jahr auch noch nicht so stark verprügelt worden gerade mit 654 das ist noch relativ wenig hatten letztes jahr einen sehr sehr guten lauf an der börse mit 44 99 prozent also sehr sehr stark gelaufen und liegt halt auch jetzt in den letzten neun jahre bei knapp 920 prozent also das sind schon enorme werte ja was braucht man als derjenige der das gaming vollzieht als der spieler sicherlich eine gute grafik hat da sind wir schon bei Nvidia die hält sich auch noch ganz gut genau Nvidia ist mit einer meiner lieblings aktien schon seit über neun jahren also die wertentwicklung ist gigantisch also nur mal ich lass dich mal raten was schätzt du was die aktie die letzten neun jahre an wertentwicklung gehabt hat tatsächlich 4300 prozent ja fast sind knappe 9.411 prozent also wirklich gigantisch ähnlich wie netflix mit 4400 also die zwei werte sind wirklich top Nvidia ist auch voll ausgelastet in der produktion läuft weiter das geschäft ein anderer super chip hersteller zum beispiel ambarella haben sehr sehr wenige auf dem schirm wird aktuell ein bisschen verbrütet mit einer 30,1 prozent im minus letztes jahr bei spitzenwertentwicklung von 139,4 prozent also war sehr stark mit Nvidia von 144,08 da sieht man dass in dem chip sektor riesen musik drin ist auch was im automobil sektor noch gebraucht wird von den chips also daher ist ein riesen bedarf da wenn man schon sieht dass lieber chips aus dem kühlschrank ausbaut für einen traktor hersteller dann weiß man dass ein mangel an an tipps tatsächlich auch vorhanden ist und nicht nur dieses jahr nächstes jahr ich denke mal vor 2024 wird sich da nichts ändern an diesem sektor ja weil überall natürlich elektronik verpackt ist also das ist ein thema was man auch mittelfristig auf den schirm haben sollte sind denn deine trades vielleicht so ein ganz kleiner einblick in die richtung dann auch mittelfristig ausgelegt also meine trades sind kurzfristig mittelfristig und langfristig ausgerichtet also die schnellste transaktion letztes jahr auf diesen jahr im jahreswechsel war am barella in innerhalb von fünf tagen eine schnelle performance mitgenommen von knapp 20 prozent netto nach kosten es gibt auch andere werte da habe ich über 40 prozent nach drei vier monaten es kann auch mal sein dass eine aktie länger als ein jahr liegt also es kommt wirklich ganz darauf an was das einzelne unternehmen von nachrichten rausgibt und wie sich dann der kurs darauf hin bewegt und wie natürlich aktuell die börsenstimmung ist im moment werden meine titel sehr stark verbrügelt weil sag ja den ich bin sehr stark in amerika investiert an der nasdaq auch schwerpunktmäßig und dadurch leiden gerade die kurse ein wenig spielt aber im mittel und langfristigen bereich bei mir gar keine rolle also ich bin da sehr optimistisch man sieht es auch bei meinen stop-kursen die sind nahezu bei null ich gebe also die unternehmen die ich drin habe gehe ich eigentlich davon aus dass die sich auch in dieser kurs range zum verkauf positiv entwickeln werden ja genau was du da dir an unternehmen ausgesucht dass das wollen wir in der kommenden woche erörtern ganz interaktiv also da kann sich auch jeder anmelden und dir dann persönlich fragen stellen genau immer dabei sein macht sehr viel spaß mit dir andreas das interview ist super und die die leute können auch direkt auf fragen per per chat reinstellen und ich werde sie umgehend beantworten also kein thema machen wir freuen wir uns drauf kommende woche donnerstag schon mal vor merken die einladung beziehungsweise den link zur anmeldung den gibt es natürlich auch noch mal auf den social media kanälen ganz lieben dank erst einmal an dich robert und dann freue ich mich auf nächste woche ganz toll ja danke andreas bis nächste woche danke tschüss